Warum gibst du mir nix? Anscheinend da hinten bei den Bären geht's los. Hier ist... Hey, die sagt ja, aber was für... Guck mal... Ich sag mal, die... Keine Ahnung, wenn man da hingeschaut und... So... Geh mal jetzt da rein. Oh, hier ist ein Pokéball rein. Das ist mal gut. Metronom. Okay. Ich drück hier den Knopf als den an. Okay, ich hör auf damit. Ja, da ist keins, man. Ich komm da nicht vorbei. Der auch noch nicht, warte. Ich muss erst mal hier was absuchen. Mit Felizistenwatcher... Haben wir den? Äh, ne. So, ja, geh mal aus dem... Weg da, weg da! Weg da! Weg da! Oder warte mal, das ist ein bisschen scheiß, weil ich hab da hinten die Orte nicht ganz erkundigt. Deswegen geh ich schnell noch da hin. Da ist nix. Könnte aber was Neues sein. Blaug. Blaug. Blaug imер esse ja super! Nei... fliehen go away tangela gibt es hier auch aha komm her, das ach da hinten ist schon am Dingser ok hier bringt mir gar nichts eigentlich im Moment bringt es mir nichts achja ja, ja, ja hier ist ein Ball maximal etter ach nein blu ein blaues Stück hallöchen so fight ja 3 3 eil ist es auf 8 wow, 3 ja, komm 39 schalt wie brava lu 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 Wie weiss... Äh... Flame... Liegst da... Auf Vibramo... Ah ne... Ach... Hast du keine Pflanze? Stinkmasse Pflanze? Weil das aussieht... Hahaha... Jo... Äh... Team... Dann... Shadow... Ghost... Ah, das ist keine... Äh... Fire... Spin... Auf meine Vorentwicklung... Ich nehme jetzt die Vorentwicklung... Boah, da ist was weg... Da ist auch was weg... Oh, Erdkräfte! Was haben die denn erlernt? Halter... Boah, schade, das ging ja... Alle... Alle... Ja, ja, ja... Sooo... Jetzt würde ich was sagen... Das da auf Vibrage... Und ihr beiden auf... Den... Frei auf den... Frei... Yes... Du kannst... Ehhh... Jetzt haben wir mal den erhelfen... Ne... Und du machst halt das gleiche... So... Hänger garantiert... Oh... 42... 40... Oh... Was geht aber ab hier? Wirrwind... Was ist das denn? Vergess es... Sieht gar nichts... Wie geht aber so... Theory.... Modelle, war jemand... Player, war jemand...! Player... Player ... Dig... Citruspärree, danke... Ja, ja... Ja, ok... Gehts hier auch irgendwohu lange? Warte, ich sah außer und gamm! Da ist der Männliche, okay. Ich mach mir schon eine Reihe umkampft, hört mal. So ein Ende. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Was hab ich gesagt? Wenn die das macht, dann macht der das. Ja, genau richtig. Was? Ach so, es stimmt, ja. Ich hasse, dass hier am meisten war. Ja, jetzt ist es auf dem dann, ne? Blitz hat die am häufigsten. Also, warte, was für ein Blitz? Warte, mal schau mal, was für ein Blitz ist. So, effektiv erst. Ich muss ganz kurz gucken. So, na also. So, holt jetzt schon mal das hier ein, ne? Ja, obwohl er rund ist. Hat wieder. Fast. Oh, ach so. Kleiner, fieser Männchen, Alter. Ach, Mann, ich brauch den doch noch. Ja. So, Mann, ich brauch den doch noch mal. Quakul-Dai. So, mach mal. Augebaut, da ist sie. Ach, das ist doch durch Käfer. Ja, deswegen ist das nochmal alles so. Ah so. Bei dem ist es ja nur Elektro. So, dann haben wir den auch. Besiegt. Ja, ja. Kannst du schon mal was geben. So, hier war glaube ich auch noch E-Temple. Ah. Nein. Statt, die waren E-Temple. Ja. Hier ist nix. Bei der Faust, was? Hä, was ist denn da? Wo denn? Ich bin schon auf dem Plateau. Zeig mir, fängt schon an. Also. Fängt. Nein, nicht so. So, nach zwei Trainern mit Auflagen. Ich mein, wir hätten ja gut gekämpft. So. Wo? War ja auch Lucario ausgetauscht. Ja. Gegen... Nein. Oder? Wir kommen jetzt, äh... Gleich logisch nur. Ja. Oh. Wir haben in der Höhe. Wir machen hier. Er ist eine Bombe. Boah. Okay. Ah, menschelisches Feld. Joa, ist sehr gut. Oh, ein Hyperball. So, dann haben wir hier noch ein... Timerball. Hatten wir hier nicht? Eben noch ein paar Items. Haben wir sehen. Die war auch früher ein Trainer, glaube ich. So. Der nächste Trainer. Freie Cut. Ja. Hier. Oder in diesem Gekampf. Ein Doppelkampf steht uns da nach wie vor. Und ja. Dann heißt Tschüss und bis dann. Ciao. Hallo Youtube. Joa, es geht weiter. Mit einem perfekten Kamm. Der auf Japanisch ist. Naja. Tierleader. Oh mein Gott. Du bist ein Challenge. Grozelia und Grozelia. Ja. Also. Grozelia und Grozelia. Okay. Dann weiß ich schon was Perfectes dazu passt. Perfekt. Aber. Oh. Oh. Matrigo ist bald. Und Flammwage auf Roselia. Sprung auf Flammwurf oder so. Und. Äh. 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 Was ist das nochmal sehr effektiv? Kammelauf. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Das ist die Service. Die siebste. Ah fast. Ah. Ah. Okay. Das erste sie aufs. Hat irgendwie gar kein Unterschied. Vorwuchtsloch aaaaah. Was. Was. Das. Das. Und äh. Einfach mal die Shadowclaw. in die fresse von der sooo dann ist er sie tot ja ist an der sie so sie ja ich habe glaube in die fresse so sind auch gut tut alles gut tut das das ist ein pokébad grün stück vielleicht ein pokur stück, ja ne pokur stück wow, pass auf wohin soll es wow arsch falsch, das war beim alten rock genauso ja, ja maximalruppel ne da war also ein mini pilz da ich spiel momentan selber die erste edition yellow card das heißt gelbe stück und pp ab was heißt das nochmal i am not understanding for gescheit in de hier was ist äh soo 52 das ist schon ein bisschen iu 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 äh ich denke nur noch so lange item geben gib 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 dies dies und gib dies da und jo das war's dann auch das war der das war der so wenig hp hat oder kp oder wie sei es uuuu ich kann mich durch immer noch nicht scheiße alter nur die läufer die hasse ich immer das zweite mal, hh die ist durch mich gegangen was denn ist grad durch mich gegangen okay ich weiß das was denn da kommt däm däm wieso müssen die camp immer so eine finzer musik haben, dass er kein tisch oder so ich war ja für geist oder so für die musik aber bekamte wenn so so wird noch musik alter ne hh da kommt flammierkriegs achso ja ich verass mich immer wieder also ja äh foul play äh night slash mal foul play man foul au na ne pow k*** der boost ist direkt nein es gibt es nicht du kleine homo da ab hier kaufe dahin mach ihn dann hier mit dein bulldozer kraftisch wow alter wow alter zauber jeden effektiv warte bitte 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 gut ach doll nur so ein wenig gut ja für das mit den alter es heißt schon lang aküle hit sogar äh äh komm nochmal den na das kassier ist mit denen und ähm und tak down zack weg und zack lever r mit r 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 deswegen sagt es r 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 Nein, nein, du blöder! Da war doch jeden Tag dich, was ist das denn? Du kleine Ficht! Ah, ha, jetzt ist er wohl so weit, dass er sich einsetzen konnte, ach wie geil ist das denn? Na, schlacht jetzt mal auf, ja? Der erste Kampf war ja, ging ja noch, aber der zweite? Scheiße, ey! Ah, in dieser Stadt hat doch nichts verändert, hab ich gesehen! Das ist aber wirklich schade! Schade, schade, schade! Vielleicht sind die Schalktäre ein bisschen anders, warte mal! Kann ich dann gleich gucken! So, jetzt leg dich mal hin, schlaf, süße! Und, ähm... Guck mal, hier war ein Polizist! Ja, hier war ein Polizist! Der ist jetzt nicht mehr da! Da war ein... Oh, die Charaktere sind denn anders geworden! Weil sonst ist an der Stadt nichts verändert! Der Kämpfer! Ich wollte mit Gott sagen, der Kämpfer! Die will... Mord Pokémon... Okay... ...definitioniert... ...und der wirklich jetzt fast so wie beim Lattisch... ...und der Stimmt die... ...und der Einer... ...oder... ...Zeit meine... Ich bin... Alter! Das gibt's doch nicht! Wirklich! Mann, ey! So ein Homo Sapir! Ja! Komm, äh... Zumba-Account kann ich mehr machen! Ich bin... 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 Oh... Scheiße! No! Ha! Kack dir umsonst! Scheiße, ey! Oder? Ah, nee! Jetzt kommt der noch dran hier! Zurück hab ich im Täter gemacht! Sooo... Ah, warte, hier ist noch nie ein Team! Maximal... Zeit... Glaub ich... Ist das... Oh... Bin ich... Blöde? Ich bin... Blöde, ne? Haha... So... Er ist immer Tesera! Hä? Was ist das denn? Oh... Eine japanische Schlacht... Nein! Und ein japanischer Mann! Okay! Sie kommen alle aus Japan! Kommst du auch aus Japan? Kommst du auch aus Japan? Japsa, Alter! Das ist wirklich ein Japsa! So... Hä? Was ist denn? Das ist ja ganz anders! Was ist denn... Das ist ja ganz anders! Ich bin... Du... Ich bin... Untertitelung des ZDF, 2020